Was geht, Leute? Äh, ja, ihr habt richtig gesehen. Left 4 Dead 2. Ähm, das Projekt hatte ich ja schon mal einst angefangen. Vor Jahrzehnten. Ähm, und... Ja. Ich hab natürlich noch den Rest der damaligen Aufnahme, die ihr noch nicht gesehen habt. Und ich würd sagen, bevor ich mit der neuen Aufnahme gleich anfange, häng ich hier nach diesem kleinen kurzen Intro erstmal den Rest der alten Aufnahme an. Das war irgendwie in einem, in einem, ja, in diesem Zentrum da und ich muss irgendwelche Gastanks holen oder sowas. Also, schaut euch den Rest an und danach direkt geht's mit der Aufnahme weiter, die ich, ähm, ja, sofort aufnehme. Also, bis gleich. Laden ab! Cool. So. Das wird alles noch. So, jetzt renne ich einfach da hoch und schmeiß die runter. Jetzt brauche ich noch, ähm, fünf Stück. Ich hab das Gefühl, ähm, das, das Spiel schickt nach jedem Tanken halt Horden auf uns. Das heißt, erstmal alle runterschmeißen jetzt. Wow. So, jetzt hoch. Wir brauchen fünf Stück. Das muss ich mir merken. Ich weiß ja schon mal, wo zwei sind. Wo ist der? Boah, ich hör' den doch schon. Boah. Boah. Das, diese Tanks. Die hasse ich mit am meisten. Hier, kommt schon mal da noch welche raus. Laut. Aua. Aua. Oh, what the fuck? Fuck, was war das denn? Ein Charger? So, Tank. Runterschmeißen. Noch einen nehmen. So, jetzt sind wir bei vier. Wo, what the fuck? Noll. Boah, scheiße, 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 scheiße. Scheiße, ah, noch einer. Gibt's doch nicht. So. Da, du auch noch. Ja, komm mit. Hallo, Boomer. Hallo, Boomer. So, runterschmeißen. Äh, jetzt sind wir bei fünf. Oh, danke, Rochelle. Oh. 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 Oh, bin ich einfach so durchgelaufen. Ah, alles, alles. Oh, Frames. Frames. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Äh. Und liegen jetzt drei. Das heißt, wir sind jetzt bei sechs. Sieben. Nein. Kein Tank. Wie ich diese Drecksviecher einfach nur hasse. Wie das Viech erstmal stumpf auf mich losgeht, ne? Na. Lade nach. Man kilt das Ding. Boah. Leute, wie viele liegen jetzt da unten? Eins, zwei, drei, vier. Scheiße. Habe ich jetzt den Benzinpark? Oh. Du bist nicht doch verarschen. Machst euch bereit. Machst euch bereit. Ach, ne. Nicht, 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 nicht euer Ernst. Was ist das denn? Ey, die Bezintag sind wieder da. So, die, die zwei Tanks schmeiß ich nochmal runter. So, ich glaube, das reicht dann auch, oder? So. Ich glaube nämlich, das war eine ziemlich schlaue Taktik. Puh, puh. Lade. So, jetzt erstmal gemütlich nach unten gehen. Oh, sorry. Das hat mich erschreckt. Oh, nein. Nein, bitte. Schnell helfen. Danke. Ein Glück. Ich dachte, das wäre es jetzt. So, Munition schnell. Vorsicht! Lade nach! Passt bitte mit den Benzintanks auf, ne? Oh! Wie wäre es, wenn du mal auf Zombies schießt? Oh! So, jetzt erstmal gemütlich alles tanken. Hab ein. Komm, komm schon. Los drauf. Lauf. Nein, mach das schon. Boah, pass bitte auf mit den Zombies. Oh, ich hab ein. Oh Mann, gleich sitze ich hinter deinem Stamm. Okay, noch... Tank. Nein, nein. Einfach, einfach, einfach. Ich will es auf mich ballern. Lade nach! Lade nach! Boah. Geht doch. Ja, mein Gott. Hab ein. Ich bin sicher, dass ich das Auto zu beteiligen bin. Zwei noch. Komm. Hab ein. Jetzt, bitte. Bitte. Ja, komm. Boah. Na, geht doch. Junge. Was für eine schwere Geburt. Die Überlebenden konnten fliehen. Boah. Mhm. Boah. Die Stats mal auch interessant, so zu lesen. Okay. Ja, ich hab die meisten Smoker getötet. Ich hab am meisten Schaden erlitten. Ich hab die meisten Verbündeten getroffen. 1677 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Eine schweige Minute für diese Zombies. Minute vorbei. Yay. Geile Sache. Das war dann die erste Einzelspieler-Kampagne. Infektionszentrum. Das waren die vier, die wir hatten. Das heißt, als nächstes kommt dann die Brücke. Aber das kommt dann halt beim nächsten Mal. Also sag ich jetzt dann, danke fürs Zuschauen. Abonnieren, kommentieren. Ich muss wissen, was ein Abo ist. Haut rein. Was geht, Leute? Leute, ähm, ja, hier sind wir. Bei Left 4 Dead. Ähm, Ewigkeiten her, dass ich's gespielt hab. Ich kenn mich überhaupt nicht mehr aus. Ähm, aber ich lasse halt sehr, 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 sehr ungern irgendwelche Projekte unoffen. So, es hat jetzt extrem lange gedauert, ähm, dass ich wieder irgendwie produktiv Videos aufnehme, aber es liegt daran, dass ich umgezogen bin und ich immer noch am renovieren bin und auch mein PC halt die ganze Zeit irgendwo in einer Ecke steht und ich noch kein wirkliches Setup habe. Ähm, äh, momentan ist das so, dass, äh, mein Mikrofon in einer Plastikschachtel liegt, äh, damit ich irgendwie trotzdem aufnehmen kann und mein Monitor ist auch noch gar nicht hier. Das heißt, ich hab mein, äh, PC grad am Fernseher angeschlossen und Maus und Tastatur auf dem Couchtisch. So, das hat erklärt, warum ich jetzt erstmal längere Zeit keine Videos mehr gemacht hab, ähm, genau. Natürlich war das alte, äh, Video, das alte Material, was ihr gerade gesehen habt, alt, natürlich, das war mega alt. Ähm, das heißt, deshalb war die Auflösung natürlich noch richtig kacke von dem, was ich da aufgenommen habe. Und, äh, meine Mikrofon-Quali war kacke, natürlich hat sich meine Stimme auch so ein bisschen verändert. Und natürlich, ähm, natürlich auch meinen Kommentar. Sie haben uns da gerade so gesagt, als hätte die Frau da, als würde die gerade, äh, als würde die Luftgitarre spielen. Warum nicht? Ähm, Kampagne spielen. Schnell war das schnelles Spiel. Äh, Einzelspieler. So. Jetzt kommen wir nämlich zu guten alten Brücke-Charakter. Ich nehm gerne Nick, den, nee, welcher war Nick? Äh, Alice. Nee, ich nehm Alice. So, ähm, auf geht's, ewig nicht mehr. Passing, nobody survives forever. Ähm, ja, bin ja mal gespannt, wie das war. Und mal gucken, ob es noch so viel Spaß macht wie damals. Ich hab keinen Blutpatch. Ähm, aber ich will einfach nur mal ein bisschen hier sinnlos ein paar Zombies abschlachten, ne? Das ist so, glaube ich, auch der tiefere Sinn, das Left 4 Dead 2. Hä. Ja. Immer dieser, dieses schöne Laden immer. Ladevorgang läuft. Sie treten einer Kampagne, äh, sie treten einem Kampagnen-Spiel bei. Hauptrollen. The Jeff Blobs, Rochelle, Coach und Nick. Die Brücke. Auch für Überlebende geht irgendwann das Licht aus. Oh man, I know, man, that's what I've been saying. If there are zombies, there has got to be vampires. Wolfman, Mummies, Aliens, all that shit, man. It just makes sense. Leute, ein Moment. Ich muss nur kurz gucken, hab ich das denn auf Ultra? So, erstmal Audio. Äh. Sprache ist Englisch, okay. Komischerweise ist die Englisch. Hm. Okay, das Spiel ist doch älter. Uh. Ähm. Ich hab Verbandszeug, ich hab hier zwei Knarren und... Ich höre Sachen. Oh, das Spiel ist doch... Oh, scheiße. Moment, ich glaub, ich sollte warten, bis hier wirklich irgendwelche Viecher ankommen, bevor ich sinnlos irgendwo rumschieße. Alter, ich... Auf der Tischdecke merke ich gerade, dass ich absolut nicht spielen kann. Äh. Moment. So, besser. Oh, da war jemand. Komm her. Wo ist denn er jetzt? Hallo. Okay, ich kann nicht ranzoomen oder etwas Ähnliches. Ich mache dir das. Reloading! Ich komme.